Leute, heute spielen wir Mods Bad Wars, aber könnt ihr irgendwo was versteckt sehen? Nein? Guck mal, wo man hier durchgehen kann. Huh? Ich bin im Headrock drin und wer ist hier? Oha! Ein Emerald Villager! Hey Leute, was geht? Ich mache mir ganz in der Folge Mods Bad Wars mit euch! Was geht, Alfa? Was geht, Alfa? So lange haben wir es nicht gespielt. Heute gibt es endlich wieder Mods Bad Wars. Bist du bereit, man? Ja, Mann, ich muss dich wieder zerstören, Alfa. Ich muss heute gewinnen. Ich werde dich zerstören, Mann. Leute, so lange haben wir es nicht gespielt. Es geht los, Alfa, los. Hol dir die Blöcke. Und wir haben es heute ein bisschen verändert. Es wird gleich richtig krass. Kann ich euch gleich zeigen. Und zwar kommt man jetzt nicht mehr so einfach zum Bett, wann ich zeige euch schnell. Alfa, weh, du läufst jetzt los. Warte kurz. Hey, wie warst du? Gar nicht mehr zum Bett, Leute. Das heißt, wir müssen uns erstmal gleich so eine Sicherheitskarte holen. So einen Schlüssel, damit man die Tür da öffnen kann. Und der Schlüssel ist richtig teuer. Deswegen, Alfa, viel Glück, Mann. Du wirst es so oder so nicht schaffen. Hey, was kostet der Schlüssel, Alfa? Was? Der kostet richtig viel, Alfa. Wow, der kostet 64 Gold. Wo kriege ich denn Gold her? Das ist die gute Frage, Alfa. Wo kriegen wir Gold her? Und zwar da oben. Da ist noch ein wilder, Leute. Es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Und ich bin der erste in der Mitte. Das heißt, ich werde die gewinnen. Let's go. Komm schon. Ich muss mir gar nichts mehr, Alfa. Ich habe nichts mehr. Bitte, ich mache nichts mehr. Wie funktioniert dieser Spielmodus? Und ich habe gerade eh noch ein bisschen trainiert. Ich kenne die Map jetzt in und aus, wenn ich hätte. Ich habe die hier alles eingestellt und so. Deswegen weiß ich jetzt, wie ich hier gewinnen werde. Du hast gar keine Chance. Du Cheater, Mann. Nichts Cheater. Ich spiele alles fair. So, Leute. Wir haben 10 Emeralds. Wir können wieder abhauen. Ihr wisst ja bei 10 Emeralds. Können wir uns den Glücksspitzack holen gehen. Deswegen würde ich sagen, gehe ich hier jetzt richtig schön holen, Leute. Komm schon ein bisschen spying. Du, Freunde. Komm an. Ich baue mir einen Wickel lieber ab. Sonst kommt uns gleich hinterher, Leute. Und trefft uns ein. Das wäre natürlich nicht so gut. Oh Gott, Schade. Ich hätte eine Scabcon, Alfa. Die wollte ich haben. Weg mit dir. Ich habe die Glücksspitzack holen. Und habe ich irgendeine Waffe, womit ich nicht angreifen kann. Ich könnte eine Enderperle holen. Oder ich hole mir mal diese Kisten, Leute, die billigen. Da mache ich dich jetzt. Flutman. Komm mal, Junge. Bitte, bitte. Chill, chill, chill. Beruhig dich einfach. Bitte, bitte. Hey, ich gehe schon weg. Ich gehe schon weg. Wie viele Emeralds hast du? Fünf Stücke habe ich gekauft. Fünf. Habe ich abgebaut. Fünf Emeralds hast du abgebaut. Nein, Leute. Und fünf Kises habe ich gekauft, Alfa. Nein, der hat jetzt Rüstung bekommen, Leute. Seht ihr das? Weil er hat sich ja mit Emeralds irgendwelche Kisten geholt, die wir auch geholt haben. Aber wir hatten nicht so viel Glück. Warte, die ist echt explosiv hier. Habe ich gerade gelesen. Warte mal, siehst du den Test, Leute? Oha, ich habe einen Schwenk, Alfa. Du kommst wieder zum Mittelpunkt. Weißt du das? Ich habe einen Schwenk mit zehn Detektor, mit Schwenk, Alfa. Was willst du tun? Ja, was willst du denn tun? Das bringt jetzt das Schwenk hier. Du kannst gar nicht mal in den Nahkampf kommen. Wie willst du das denn schaffen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschaffen. Ich habe doch schon eine neue Spitzange, Leute. Was mache ich hier? So, mit Glück. Oha, jetzt geht es viel schneller. Mit Glück zehn einfach. Was? Glück zehn? Ja, Mann. Ich werde jetzt richtig reich an Emeralds. Mach die Bette frei. Hörte, ich mache gar nichts frei. Versuch nochmal zu kommen. Schaffst du nicht? Warte mal, ich spuche mich jetzt zu dir rüber und schlage dich mit meinem starken Schwert an. Ich fange jetzt gleich mit deinem Spitzhock, gell? Ja, probier das. Probier das, Hörte. Oh, oh, Leute. Ich glaube, ich kann den Block gar nicht berühren, oder? Hörte. Hör auf, Mann. Nein. Okay, ich hatte nicht gedacht, dass er so schlau ist, Leute. Warte, aber zu mir kommst du erst mal nicht, Hörte, mein Weg, Mann. Oha, weißt du, wie viel Schade ist? Warte, warum kommst du mal näher? Hau ab, Mann. Ich brauche schnell eine OP-Waffe. So, was haben wir hier geholt? Warte, das würde ich nicht tun, Gruppe. Wow, nein. Tschüss. Das war's mit dir. Jetzt hast du erst mal alle Items verloren. Das ist sehr gut, Leute. So, warte mal. Jetzt bin ich wieder bei Null. Egal, hinter dem Bett kann ich eben, glaube ich, noch lange nicht abbauen gehen. Hier seht ihr es, Leute. Wir brauchen 64 Goldblöcke, um hier diesen Schlüssel zu kriegen. Damit man da reinkommt. Aber das können wir uns leider noch nicht holen. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns lieber Cases. So. Schon mal Pfeile, falls wir den Bogen kriegen. Eine Enderperle. So, wir können noch Bedrock-Blöcke holen. Aber ich weiß nicht, was wir damit anfangen wollen. Wir könnten noch diesen Propeller-Kopf holen. Nein, wir haben kein Geld mehr. Als ob wir schon so schnell pleite geworden sind, Leute. Das kann nicht wahr sein. Aber komm schon, vielleicht haben wir jetzt Glück. Oh, das ist aber schade, Alfa. Aber lass mir die Mitte. Ich muss warm. Hallo, ich bin arm. Ich habe... Oh, da liegt noch welche in der Mitte. Alter, ich habe einen Bogen. Lass die da liegen. Alfa, bitte, bitte. Wow, wow, wow. Wow, chill, chill, chill. Okay, der Bogen hat nicht mehr Effekte. Schade, schade. Mann, ich brauche besser Rüstung. Der Bogen tut trotzdem weh. Was ist das, Ante? Der Bogen tut trotzdem weh, Alfa, in meinem Gesicht. Hälte, du wirst gleich noch andere Sachen abbekommen. Warte, helf. Hä, was? Nein, 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 bitte chill. Du hast dich hier geholt, Leute. So, Leute, damit kann ich alle Blöcke zerstören. Wow. Falls ihr in den Weg kommt. So. Ich würde sagen, ich kann mich jetzt wieder rüber bauen, oder? Was? Ich kann meine Perlen holen. Da kann ich mich einfach rüber teleportieren. Wir brauchen noch ein bisschen Essen. Ich verliege gerade voll viel Hunger. Dann können wir gleich wieder weitermachen. Und wir brauchen unbedingt den Shop in der Mitte, weil da gibt es OP-Rüstung oben. Spectrate-Rüstung. Deswegen müssen wir es gleich schaffen, Leute. So, ich habe Essen. Jetzt können wir losgehen. Mann, die haben gar nichts gebracht, die Case. Die waren voll schlecht einfach. Hä? Oh, Ante hat auch wieder Kissen aufgemacht, Leute. Warum bringen die Krauten so wenig? Was ist das? So einen halben Hungerball? Okay, das war nicht normal. Keine Ahnung, Leute. Wir haben hier gemoddet, das Minecraft, glaube ich. Ich weiß nicht, wieso das gerade so war. So, let's go. Ich kann mich jetzt hier... Warte, ich kann mich doch eigentlich schon da hoch bauen, oder? Ich kann es mal versuchen, Leute. Warte, ich habe nicht genug Blöcke. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Leute, können wir da rüberspringen? Ich will es nicht probieren. Warte mal, wo haben wir noch Blöcke? Hier, die können wir abbauen. Ohne Problem. Leute, plötzlich ziehen die hier hin und rüber da. Okay, Alter. Ey, mach keine Augen, Alter. Wo bist du, Alfa? Bleib weg, Mann. Ich wollte da hingehen. Lass dich zum Shop gehen, bitte. Ja, jetzt bin ich herrster da. Oha. Was ist denn krass, Alfa? Das weißt du gar nicht. Klapp ich mir jetzt. Hörte, ich will die Eichelste haben. Geh da weg, Mann. Oha, jetzt gehört das alles mir. Ich muss den irgendwie bekommen. Komm schon. Kommt das da ran. Ich kann die Blöcke nicht kaputt machen, oder? Warte, das kommt da nicht. Hörte, warte ab, Mann. Vielleicht kriegst du mal einen Flammenwerfer und so ab. Du wirst schon sehen. Du bist ja auserreichend, meinte. Ja, hörte, nicht mehr lange. Bin schon auf dem Weg, Kumpel. So, jetzt können wir das hier abbauen, Leute. Zack. Ey, du machst dich schon rein, oder was? Wo bist du? Zeig dich. Nein, der geht schon rein. Auf. Ich mach den OP-Shop, bitte. Ach, tante. Nein, nein, der ist her, bitte. Komm schon, in der Perle lande. Nein. Endlich. Als ob ich alles verloren hab. So, dann seht ihr nochmal beim Bett, Leute. Hier kann man einen Knopf drücken. Dann kommt man hier wieder raus aus der Base. Und ich kann es einfach nicht mehr rein. Das ist richtig OP. Beim Bett kannst du eh nicht abbauen gehen. Hör auf jetzt, allen im Shop da zu sein. Hör auf. Ich werde jetzt erstmal Old Emirates fahren, Alfa. Mit einer OP-Spitzhacke. Gib mir die Spitzhacke zurück. Hä, was ist denn, weil die ist runtergefallen? Ja, aber die hab ich mir vorhin selber gekauft mit 10 Emirates. Oh nein, Leute. Jetzt geht der Farb. Du hast doch schon ein Tips. Ich hab gar nichts, Ente. Gönn mir mal. Oh, so viele hab ich gar nicht. Ich hab ein Schwert und einen Helm. Mehr hab ich nicht. Echt, Ente. Das freut mich für dich. Einfach mehr. Schön für dich, Mann. Nein, ich bin wieder alles. Mann, ich bin wieder bei Null. Du hättest, dass du deine Energies liegen müssen. Dein Problem. Ich hab so meinen Backup aus meiner Energies in meiner Hand, ey. Hör auf. Gleich gehe ich auf jeden Fall in viel mehr Emirates fahren, Leute. Ihr habt gesehen, das war viel zu wenig. Wir brauchen wirklich mehrere Stacks in der Energies. Dann hab ich wirklich die ganze Folge lang Ruhe. Sollte ich nochmal draufgehen. Wir müssen schnell wieder zurückgehen, oder? Wir können gerade nichts riskieren. Ich mein, wir dürfen nichts riskieren. So, Leute. Let's go. Einmal die Glücksschmutzhacke. So, damit wir Schutz gegen Ente haben. Das ist am besten. Hier noch ein paar Blöcke. Und eine Enerperle. Ich hoffe, diesmal überleben wir das, Mann. Wieso hab ich eben nicht getroffen? Jetzt muss es echt besser ablaufen, Leute. Komm schon. So, wo bist du, Alter? Zeig dich. Röpeck, Junge. Du kommst hier nicht hin. Nein, einfach bitte. Lass mich in die Bette. Ich muss doch verarmen. Hörte, ich muss fahren, weil du hast eben genug Zeit. Los. Röpeck, Hörte. Du hast nur genug Zeit. Du hast mich runtergehauen. Hörte, ich mach alle deine Blöcke kaputt. Los. Ich hab schon die Glücksschmutzhacke. Bitte, ich will nur kurz fahren, okay? Ja, okay. Dann wach. Dann lass mich mit den Emeralds übrig. Hörte, ich mach gar nichts. Lass mich fahren, okay? Ja, okay. Ich guck dir zu, Mann. Ich seh alles, was du machst. Ich kann meine Kamera drehen, Junge. So, Leute. Wir fahren jetzt schön richtig viele Stacks. Wir werden hier richtig reich. Hörte, du kriegst keinen einzigen Set. Ey, bist du am Handy, oder was? Hä? Wieso? Ich weiss, bist du gefahren, dass du einfach... Und jetzt hab ich schon drei Stacks. Ey, mach kein Auge. Hörte. Lass mich die... Ich hau ab, ich hau ab, alles gut. Ja, ich hab drei Stacks. Das war's mit dir, Handy. Das hab ich wirklich gewonnen. Oh, drei Stacks, als warst du einfach... Ja, hab ich. Warum fragst du, Handy? Warum hättest du so? Hör auf. Hä? Das macht doch gar nichts. Weg mit dir. Nein, ich geh drauf hin. Leute, wir müssen aufpassen. Leute, kommt in die Nähe. Was schon. Komm schon. Au. Hörte, okay. Ich gehst dir die Glücksschmutzhacke. Nein. Ich wollte dich nicht besiegen. Ich wollte gerade die Glücksschmutzhacke droppen. Warte, du lügst mich an. Du wolltest mir die niemals freiwillig abgeben. Oh, Leute, ich geb dir die jetzt, okay? Wollte ich so nacken? Was? Echt? Wirklich? Dann kannst du schön richtig lange Farben geben, mein Kumpel. Boah, wirst du mir die in die Mitte? Bitte, Alter. Ja, da liegt die. Da nimm die. Siehst du die da vorne? Da liegt die. Ja, ich seh die. Ich seh die. Ich schnapp mich. Vielen Dank dir. Viel Spaß, Mann, damit. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit der Spielsacke. Ja, danke dir. Jetzt kann ich so. Ich mach dir die Farben, Mann. Oh, Leute, ich brauche schnell Essen, ganz wichtig. Let's go, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wo kann ich jetzt Gold kaufen? Ente, das ist mir egal, wo du Gold kaufen kannst. Ich will dich aber heute besiegen, Alfa. Ja, was rede ich da? Natürlich kann man hier oben fahren, Ente. Deswegen bin ich gerade oben. Also fahren wir einfach heute einmal. Ah, nein, ich hab's alles gewechselt. Oh, Leute, ich glaub, das dauert so lange. Ente, guck mal, ich bin sogar so nett und ich baue das hier für uns auf. Oh, du baust es auch für mich auf? Ja. Aber wenn du was hier auch willst, dann kannst du auch den Shop benutzen. Also greife ich jetzt nicht an, okay? Ich bin ganz nett. Ich hab eine Rakete auf. Hey. Hey, du hast eine Rakete gegen mich benutzt. Was soll das? Ja, wir sind Freunde, Mann. Hey, du hast jetzt davon. Nimm das, Mann. Bleib. Sing. Deine Einten tue ich mir jetzt erstmal in Strafe. Nein, nein, bitte, Alfa, bitte lass mir die Ernst aufgeben. Hörst du weg, mir. Das ist mein Einten. Hey, komm mal nicht zu da, Mann. Dann bleib, was du gemeintest, auch zu laut, bis ich aus meiner Base raus bin. Ich nimm dir nur die Emirates-Kuppel. Hier, die Spielsache kannst du wieder behalten. Komm her, komm her, ich lass mich gleich. Nein. Warte. Jetzt gäbe ich dich. Hol sie mal, ziehen wir einfach. Leute, wir haben gerade richtig viele Emirates verloren. Das ist, glaube ich, gar nicht cool. Leute, was machen wir jetzt? Oh, das war ein fetter Big Winner. Ich glaube, wir sind hier sehr in Gefahr, Leute. Ich weiß nicht, ob wir hier noch lange überleben können. Lass auf jeden Fall ein Like da, Leute. Komm, Leute. Komm schon. Was, bitte? Nein. Wie knapp war das denn? Boah, ich habe gerade gar nichts mitgerechnet. Ich habe gerade einen Winterses gepackt. Du gibst mir jetzt die Glücksspitzhacke. Nein. Ich habe die dir eben auch geschenkt. Nein, ich weiß gar nicht, wo. Ich habe die Alice in der Note Show. Die liegt dann, glaube ich, auch irgendwo. Ich habe die gerade irgendwo liegen gesehen. Guck mal, ich bin sogar so nett und ich baue noch weiter. Ja, warte. Du hast dir die Glücksspitzhacke einfach. Bitte, ich muss fahren gehen. Und du machst dir weiter den Shop auf, okay? Diesen OP-Shop, der da hinten ist. Und ich glaube, da fehlt gar nicht mehr so viel. Ich glaube, nur noch dieser eine Blockette. Bitte. Ich habe nichts mehr. Ja, warte. Ich habe nur kurz was zu essen. Ich bin so alt. Ich habe keine Items. Wirklich, ich kann nichts machen. Du hast gar keine Items. Du hast mich vorhin auch so gerne. Also, wir sind doch so gute Freunde. Komm schon, für die neue Battle-Wars-Folge hier. Weil es gab so lange keine mehr. Ja, ich glaube, es sind ja okay. Beruhig dich mal. Hör auf zu betteln. Das wäre echt nett von dir, Mann. Wir sind schon so lange gefreundet. Oh, die ist was runtergefallen, Mann. Pass auf. Okay. Ja, haben wir die. Was? Let's go, Leute. Wie viele Emeralds haben wir jetzt? Ey, aber wo sind meine ganzen Emeralds von eben? Ja, die habe ich dir abgeschraubt. Die gehören mir. Och nein, das waren fünf Stacks oder so, Leute. Was soll das? Ich glaube, man braucht richtig viele Stacks, um da die Goldblöcke umzuholen. Ente, hast du schon den Job aufgebaut? Nee, nur nicht. Ich bin gerade dabei. Es ist mega viel Obsidian. Ich habe versucht, ob ich das mit dem anderen Dinger aufbrechen kann. Aber das geht nicht. Ja, ich weiß, es ist richtig schwer. So, ich habe wieder meine Emeralds. Alles gut, Ente. Farm schön weiter. Also, ich will dir keinen Schaden mehr machen hier in der heutigen Folge. Wirklich, wir sind gute Freunde. Warum redest du so komisch, Alfa? Irgendwas stimmt nicht bei dir. Was? Was? Als ob es funktioniert hat. Warte. Was ist das nicht gerade mit sich der, Alfa? Oha. Was hast du getan? Das gibt es, glaube ich, eher ganz dick. Das war es mit dir, Mann. Hast du die Emeralds dabei? Bitte. Wow, du hast alles dabei, Mann. Richtig krasse Sachen. Du hast den Job immer noch nicht aufgebaut. Was soll es? Ja, aber ich habe hier keine Zeit. Hallo? Ente, ich mache hier auch schon so lange. Komm schon. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin, Leute. Ja, da haben wir den. Ente, bleib weg. Oha. Nein, die Agete kommt. Wow. Das gehört, Leute. Wir haben es überlebt. Ente, weg mit den iTunes. Warum war ich gerade One-Shot? Ich weiß nicht. Wow. Jetzt bin ich kein One-Shot mehr, Leute. Blödsgolotten, zieht die Rüstenkopf. Was? Wie teuer sind die Goldblöcke, bitte? Ein Stack Emeralds müssen wir bezahlt für 22 Goldblöcke. Ich habe es vorgebrochen. Ein Stack Goldblöcke. Oha, das ist schon richtig teuer. Warte mal, Leute. Jetzt haben wir auch mehr Herz. Ich muss schon mal was essen. Let's go. Let's go. Jetzt sind wir unbesiegbar. Das war es mit dir. Nein, du bist nicht unbesiegbar. Ich mache dich trotzdem fertig. Jetzt hole ich mir noch schnell einen anderen OP-Item ziehe. Ich brauche auf jeden Fall Ender-Pern, damit ich nicht mal runterfliegen kann. Hier noch was. Dann legen wir uns noch ein paar Emeralds in die Ender-Chest. So, passt, Dex. Let's go. Nimm einen Bogen einfach. Hör auf, sein Bogen bringt gar nichts. Natürlich, der macht safe damage. Hört sich, voll egal, keine Herzen. Das bringt dir nichts. Komm her. Oha, du hast volles beschweigt. Du meinst doch. Ja, bitte. Hörst du, komm her. Hörst du, komm her. Wow. Wie OP ist das denn? Was? Was? Das war unfair. Hä, Leute, wie kann ich das wieder zurückziehen? Ich verstehe das nicht. Leute, da ist es da vorne. Komm zurück, bitte. Und wir sehen auf jeden Fall, wie krass das ist. Guck mal, ich kann hier alles in der Entfernung abbauen. Wie geht das? Attacke. Was hast du denn jetzt, aber das bringt dir nichts? Ja, ich verstehe alle Blöcke. Siehst du das? Guck mal unter dir. Wow. Hä? Wie krass OP ist das, Leute? Ich kann es ja nicht glauben. Oha. Moment, ich bin jetzt wirklich unbesiegbar. Du wirst mich hier gar nicht mehr kriegen. Ich werde es trotzdem noch bekommen. Das hindert mich nicht daran. Denk nicht. So, ich gehe jetzt endgültig ein Bitter bauen. Nein, bitte nicht. Du hast nicht mal die Goldblöcke gekauft. Wie willst du das machen? Oh nein, ich brauche noch die Goldblöcke. Oh nein, Leute, das ist nicht wahr. So, dann let's go, Leute. Wie viele Emils brauchen wir noch? Ich weiß es gar nicht. Oh Mann, das wird, glaube ich, richtig aufwendig. Aber wir kriegen das hin, glaube ich. Wo bist du, Ente? Was machst du? In meiner Base. Ich fahre gerade. Du hast gerade irgendwas gekauft, Ente. Oha, wie viel Schaden macht das? Nein, Leute. Muss ich zubauen? Ich muss zubauen. Oha, oha. Ich muss schon was essen. Wo ist mein Essen? Ich habe mein Essen nicht dabei. Oh oh. Das ist in Gefahr. Mein Essen geht nicht mehr voll. Und ich habe auch die Waffe, Leute. Damit könnten wir endlich eigentlich platt machen. Let's go. Komm her. Zack. Zack. Ja. Ja, das hast du gemacht. Hörte, ich habe die gleiche Waffe wie du benutzt. Die ist viel zu P. Nein, bitte. So, ich würde sagen, damit tun wir uns jetzt ganz schnell Essen. Den Koppelstone. Komm schon. Nein, man klickt. Hey. Hörte. Oh, ich muss doch schnell rüber zu dir. Ich habe nicht gesniped. Hol dir nicht mal ein Item, bitte. Das darfst du nicht tun. Hörte, das war richtig unfair. Man macht das nicht, okay? Doch, muss ich. Nein, Leute, ich werde alle einiges verlieren. Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. Das ist okay, du darfst sie behalten, okay? Danke dir. Oha. Du hattest sogar Gold dabei. Ja, ich hatte schon 20 Goldensee. Oh, das ist nämlich jetzt alles mit mir so krass ausgerüstet. Jetzt muss ich wirklich hier ein Witz geben von meiner Baseensee. Jetzt muss ich wirklich noch meine letzten Emeralds nehmen, die ich habe. Hey. Warte mal, deine letzten Emeralds sind so einfach. Hörte, ich will deine Schlese abbauen. Hä? Hörte auf. Da war ich einfach dein Energy Star, Alpha. Was ist das? Du darfst sie nicht ab und man hör auf. Nein. Weg ist sie. Weg ist sie. Nein. Haha. Jetzt werde ich mir Gold sammeln und dann mache ich dich endlos platt. Du wirst sehen. Nein, dann wirst du meine Tür aufmachen können, Leute. Das ist gar nicht gut. Und ich habe auch keine Emeralds in der Chest mehr. Oh oh. Ich muss jetzt ganz schnell Emeralds fahren gehen. Das ist sehnlos. Du kannst dich mal aufholen. Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, das war es jetzt wirklich für mich, Leute. Oh, Alpha. Ich habe gerade Emeralds gegessen. Weißt du, wer gespawnt ist? Kann Emeralds essen? Hörte auf. Das kann man echt. Hä? Dann spawnt jemand. Und bei mir ist ein Villager gespawnt. Hörte auf. Hörte auf. Hörte auf. Wie krass das denn? Ja, so spawnt Villager, Alfa. Ja, wie heftig. Das finde ich richtig cool. Hörte. Hast du mir noch irgendwas zu erzählen? Äh, wieso? Du hast also gefrühstückt, weil du mein Kumpel bist. Ich interessiere mich einfach für alles. Oh, ich habe mein Brötchen gegessen. Und du? Oh, das klingt lecker, Hörte. Was war da drauf? Äh, Salami. Was ist denn? Krass. Warte mal, irgendwas hast du vor, wenn du so... Gar nichts. Irgendwas stimmt nicht, Alfa. Hörte, lass dich. Ich habe mich wohl. Wo ist das, ich denke gerade? Hörte, du brauchst mich nicht anzugreifen, okay? Ich koche jetzt erstmal den nächsten Batzen Gold hier im Shop. 19 Attack Damage sieht schon mal sehr gut aus. Gar nichts. Ich habe schon 44 Gold, Alfa. Und muss dich mal ein bisschen schneller beeilen. Woll ich doch. Hol dir noch mehr. Nein, nein, nein. Du skierst mir, wir sollten wieder ab, Alfa. Warte, nicht die Wilde rausschicken. Komm du da raus. Zeig dich. Nein, das bin ich. Zeig dich. Warte, ich will kommen... Ah, weg mit der Waffe. Warte, das fehlt so OP, Mann. Was machen wir jetzt? Komm schon, nein. Ich erreiche dich, glaube ich, nicht damit. Warte, zeig dich. Let's go, nach heim. Nein, ich mache meine Deckung ab. Das ist gar nicht gut. Warte, ich weiß, welche Blöcke du nicht kaputt machen kannst. Die hier. Wo ist der Alfa, Mensch? War mehr. Nein, du darfst dich nicht treffen, Mann. Lass es. Ah, weg. Ja. Warte, Alfa, ich verliere 44 Gold. Das sind zwei Stacks ab. Alter, ob das so viel Gold ist. Oh, Mann, Alter. Tut es mir so leid, wirklich. So, Leute, ich glaube, wir kommen da gar nicht rüber. Ich habe nicht genug Blöcke, oder? Ich muss mit der Enderpelle Glück haben. Zack. So, Entu bleibst jetzt schön weg. Dein Enderchef muss ich eigentlich auch abbauen gehen. Zack. Nein, nein, die gehört mir, Alfa. Das darfst du nicht. So, wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal die Goldblöcke. Und damit soll man dann die Tür aufmachen können, oder was? Was will ich jetzt mal gucken geben? So, das Gold haben wir auch dabei. Zack, hier haben wir die Karte. So viel Abrils hast du doch gar nicht. Save that. Hey, hör auf, Mensch. Ich will doch gucken, ob es funktioniert. Warte, die Tür geht jetzt auf. Wie krass ist das, Alter? Guck mal. Ich wollte dir mal zeigen, wie man die Tür aufmachen kann. Wieso reifst du nicht an, Mann? Oh, oh. Wenn du vor meinem Bett standest? Warte. Hör auf, okay. Wie viele Abrils hattest du Reserve? Ja, ich hatte mir mein Energies noch. Aber weißt du, was das Beste ist, Alfa? Du hast die Karte gedroppt. Jetzt musst du mir gar kein Gold kaufen. Nein. Oh, oh, Leute. Jetzt kann er einfach in mein Bett reingehen. Oh, oh. Ja, Alfa. Das war wohl ein Muss für dich. Also bitte, warte noch. Warte noch bitte eine Minute nach. Ich muss nur ein paar Items kurz zusammenfahnen. Nies, der ist weiß noch. Ich kaufe jetzt Cases von deinem ganzen Geld. Ja, mach das, Alter. Wirklich. Ich empfehle dir das zu kaufen. Und wirst du richtig OP in Minecraft. Dann wirst du richtig stark. Ja, Leute. Ich glaube, die Rüstung ist sogar, die man hier rauskriegen kann, viel stärker, als die man da kaufen kann im Schirm. Wir müssen einfach nur Glück haben hier. Nimmst du eine Attack Damage, Sven-O-Haar. Komm schon, Leute. Ich brauche irgendwas Krasses. Bitte, bitte, bitte. So, ich habe schon mein Schwert. 20 Attack Damage. Sieht gut aus. Nein, weil es ist 19 Uhr. Brauche ich noch Rüstung. Bitte, komm schon mehr Rüstung, Leute. Ne, reicht nicht. Eine Hose. So, welcher ist Stärke? Der ist viel stärker. Komm. So, dann noch hier was. So, Leute, ich habe die nächsten Kisten geholt. Komm schon. Ente, wieso bist du so ruhig geworden? Hast du irgendwas vor? Weil ich gerade überlege, was ich alles einkaufen kann, damit ich dich endlos fertig mache. Kannst du nicht? Natürlich kann ich das. Nein, Mann. So, ganz viele Enderpellen noch, Leute. Hier ein paar Schutzwaffen gegen Ente. Jetzt müssen wir noch schnell die Goldblöcke holen. Wie kommen wir denn da ran? Ente wird dann bestimmt campen. Weg dir. Ja, ich muss doch gar nicht campen. Ich kann einfach zu dir nach Hause gehen. Jetzt muss dein Bänder bauen. Ich will auf die Karten her, damit. Komm schon. Und? Nein, ich bin getroffen. Oh, ich bin nicht getroffen. Nicht getroffen. Minecraft-Potion gesoffen. Und? Was redest du denn, Mann? Ich komme nur noch hin. Warte. Komm her. Oh, oh. Das ist auch die OP-Waffe, Leute. Das ist gar nicht gut. Okay, wir kommen jetzt hier hoch. Zeig. Ich habe den Wienerbläufer. Ich kann alles zerstören auf dem Weg. Kannst du echt oder was? Zeig mal. Wow. Hä? Warum fliege ich hoch? In der Perle. Bitte lande. Das wird gar nicht landen, Ente. Ich bin besiegt, Mann. Du landest gleich schön wieder in deinem Bänder, Ente. Du wirst ein neues fahren. Die Karte liegt jetzt unten, Alter. Du hast die Karte runtergeworfen. Egal. Ich komme jetzt schnell in eine neue. Was war es mit dir, Ente? Es ist vorbei. Hey, hopp. Ich bin ein Bogen. Dein Bogen bringt dir gar nichts. Weißt du, nein, Ente. Oh, oh, Leute. Jetzt wird es ernst. Und? Hat die Enderperle nicht geklappt? Weiß nicht. Vielleicht lebe ich noch, Ente. Vielleicht lebe ich noch. Hä? Warum redest du so? Wo bist du? Weiß nicht. So, Leute. Wir müssen es jetzt schaffen. Wir brauchen nur die Karte eigentlich. Und mehr brauchen wir dann nicht mehr. Ich will sagen, wir holen jetzt einfach nur Enderperlen. So. Bisschen Schutz brauchen wir trotzdem. Hier noch das hier vielleicht. Ein paar Blöcke. So. Jetzt sollten wir es schaffen. Wenn ich bis hin hätte, das war es jetzt. Nein, bitte. So, erstmal schnell rüber, Leute. Ich hoffe, wir können uns hier nicht mit irgendwas abschießen. Nee. Sieht gut aus. Schnell rüber hier. Zack. In den Shop rein. Die Blöcke hier holen. Dann schnell zurück zur Base. So. Dann hier die Karte holen. Und jetzt habe ich gewinnt. Nein, bitte. Was geht, Ente? Schöner Wogen. Schöne Schwester. Was geht so? Komm damit, Ente. Ich will nur durchlaufen. Bitte. Ich habe nichts vor. Nein, du kommst. Ich habe ein Schwert. Warte mal, du kommst doch auch gar nicht rein. Tschüss, Ente. Du kommst da nicht rein. Geh weg von meinem... Warte mal, ich muss mich selber besiegen. Hör, der Bett ist schon ab. Was? Ja, ich glaube, du hast kaputt gemacht mit dem Ding hier. Ich wollte gerade 10 Killern geben, damit ich reinkomme. Ente, du kommst nicht mehr rein. Es ist vorbei. Hä? Dein Bett wurde schon zerstört. Ich glaube, du hast eins in mir, was du benutzt hast. Eins. Oh, da habe ich es hier. Das Bett wurde sogar gedroppt. Nice, Ente. Aber wie komme ich jetzt raus? Hey. Ente, ich muss hier raus, Mann. Nein, musst du nicht einfach. Bitte, Ente, ich will nur mit dir reden. Ich will nicht mehr kämpfen. Schnell abhauen. Wollte, ich bin ein Bettflug rein, Mann. Komm her. Warte, weg mit dir. Nein, ich sehe nichts. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Ja, wusste, meine Anderpille landet nicht. Warte, wo sind wir? Warum kann meine Anderpille nicht fliegen? Warte mal. Nein, wir fliegen runter. Das war es mit mir. Ciao. Oh, oh. Aber dein Bett ist schon mal ab, Ente. Das heißt, wenn du jetzt drauf gehst, ist es vorbei für dich. Nein, bitte. Ja, stimmt. Ich muss dich jetzt ausrüsten. Und alle meine Anderpille raushauen. Schaffst du nicht. Niemals. So, Leute, ich muss ihn jetzt nur einmal besiegen. Das wird komplett easy. Ich glaube, ich muss ihn nur einmal mit dieser Laserwaffe treffen. Dann haben wir es schon geschafft. Mein Bett wirst du eh nicht kriegen. Da bin ich mir sicher. Nein, dir nicht so sicher, Alfa. Wieso denn? Ich bin mir sicher, Mann. Weil ich habe nämlich auch die Karte. Du hast auch die Karte. Bring dir aber nichts. Siehst du mich hier unten? Nein, ich besiege dich jetzt. Das war es mit dir. Komm schon. Nein. Nein. Das darfst du nichts bringen, Mann. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Ja, Alfa. Zu spät. Oh, oh. Leute, ich habe nicht mal Rüstung. Das wird gefährlich. Komm schon, Alfa. Ich muss dich nur besiegen. Yeah. Alfa. Komm schon. Nein. Yeah, Leute. Da unten ist er draufgegangen. Das war es. Wir haben gewonnen. Nein, ich habe verloren. So ein Bett war... Leute, lass. Leute, lass. Oh, warte mal. Alfa. Ich habe nämlich nicht fair gewonnen. Was heißt nicht fair gewonnen? Was redest du? Wir haben schon mal fair bett was gespielt. Es hat immer irgendeiner gescheatet. Guck mal. Ja, ich habe gar nichts gemerkt. Was meinst du denn? Guck mal, man kann hier durchgehen. Siehst du das? Und dann kann man sich unendlich viele Emeralds holen gehen. Was? Hey, hier sind Villager. Und da alle sind grün. Was? Lass, Lack da heute. Lass da, Bruder. Ich habe für heute gewonnen. Fair gewonnen. Schon weiter vorbei. Was ist so getan? Und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.